Seit einiger Zeit schon sehe ich die Menschen in meiner Umgebung an mir vorbeilaufen. Sie werfen mir ehrfürchtige Blicke zu und bleiben an und ab sogar genau vor mir stehen und schauen mich einfach nur an, ohne auch nur ein Wort zu mir zu sagen. Fast so, als wäre ich es nicht wert, mit ihnen eine Unterhaltung führen zu dürfen. Manche werfen mir sogar ein einfaches Grinsen zu und gehen dann weiter. Vor ein paar Tagen, so viel kann ich euch erzählen, war es auf jeden Fall noch nicht so. Klar, der berühmteste war ich noch nie, doch ich hatte trotzdem eine gewisse Ausstrahlung, dass ab und an Leute auf mich zukamen, um sich mit mir zu unterhalten. Ich bin wohl einfach zu ruhig geworden und erzähle nichts Aufregendes mehr, dass es sich lohnen würde, sich mit mir zu unterhalten. Zumindest wünsche ich es mir, das zu glauben. Alles änderte sich vor drei, nein, vier Tagen, wenn ich mich recht entsinne. Ich war an einem Montagmorgen auf einer Raritäten-Ausstellung unterwegs. Eine Ausstellung, wo eigentlich nur die gehobene Klientel ihren Weg findet. Doch sie lag direkt auf dem Weg zum Markt, auf welchen ich mich eigentlich zu bewegen wollte. Und so dachte ich mir, einfach mal rüber zu schauen. Ein Mann in einem kaminroten Anzug und einer Fliege wollte mich erst gar nicht zu dieser Ausstellung zulassen. Doch nachdem ich ihn einen Hunderter zusteckte, bekamen wir auch das geregelt. Wenn man jemanden bestechen kann, dann wohl an Ehesten, die schon alles haben. Ich betrat die Eingangshalle und um ehrlich zu sein, hatte ich es mir etwas glamouröser vorgestellt. Doch diese Vorstellung wurde schnell getrübt, als ich die kahlen Wände sah, in welche sogar feine Risse zu erkennen waren. Einige Bilder hingen an der Wand und ein alter Kohleuchter zielte die Decke, welche auch nur noch von zwei Schrauben in der Decke verankert war. Es war eine Bruchbude, um ehrlich zu sein. Wer würde auf die Idee kommen, hier eine Ausstellung zu veranstalten? Doch wie ich es mir dachte, als ich durch diese alten Gemäuer lief und mir all die kleinen, aber dennoch ansehnlichen Schmuckstücke ansah, waren es auch nicht viele Besucher, welche sich hierhin verirrten. Einige sahen sich alte Uhren an und andere alte, vermoderte Bilder, welche die Tausenden von Euros nicht wert schienen, mit welchen sie beschildert wurden. Mich allerdings hat etwas ganz anderes berührt, während ich meiner Begeisterung für Glasfiguren nachkam und auch einige Schmuckstücke näher begutachtete, ergriff mich ein kalter, aber dennoch herzerfüllter Blick, welchen ich im Augenwinkel wahrnahm. Ich wandte mich von den Glasfiguren ab und begab mich meiner Aufmerksamkeit, der mich ansehenden Gestalt zu widmen. Ich begab mich auf sie zu. Ich näherte mich einer ungefähr 80 cm großen Puppe. Sie bestand aus Porzellan, wenn ich mich recht entsinne. Sie hatte hellbraunes, kurzes Haar, welches mit einem Seitenscheitel nach rechts gekämmt war. In die Augenhöhle des perfekt geformten Kopfes waren kleine Glasaugen verarbeitet. Sie hatten unterschiedliche Farben, doch das störte mich nicht. Im Gegenteil, ich fand, dass es die Ästhetik dieser Puppe um einiges verstärkte und auch die Einzigartigkeit dieser Puppe widerspiegelte. Sie zog mich in ihren Bann und ich war wie Benebel von der Aura dieser Puppe. Ein Schild mit der Aufschrift Menschen echter Puppe, Achtung, gut behandeln, Sammlerstück, zierte die Puppe. Ich überprüfte meine Brieftasche. Ich hatte gerade genug Geld dabei, um diese Puppe zu bezahlen. Allerdings hätte es für meinen Einkauf auf dem Markt nicht mehr gereicht. Ich konnte diese Puppe nicht einfach dort lassen. Und so bade ich dem Verkäufer, mir diese Puppe zu verkaufen. Ohne lang zu verhandeln, ließ er sich auf das Angebot ein und ich konnte die Puppe sogar für ein Hunderter weniger nach Hause nehmen. Er drückte sie mir förmlich auf und schien sogar glücklich zu sein, sie endlich los zu sein. Außer dem merkwürdigen Verhalten dieses Mannes verlief der Tag nicht besonders anders als alle anderen Tage. Ich habe einige Komplimente für diese Puppe bekommen und auch einige Gespräche führen können. Sie hat mich an diesem Tag sogar einige Nummern von Frauen erlangen lassen, welche einfach so berührt von dieser Puppe waren. Im Großen und Ganzen hatte mich diese Puppe also in meinem Leben bereichert. Ich ging am Ende des Tages nicht alleine nach Hause, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich setzte meine Puppe, welche ich Thomas taufte, auf der Kommode in meinem Flur. Es war eine tolle Nacht, wenn ich mich recht erinnere. Am nächsten Tag wachte ich allerdings alleine auf und ohne eine Spur jener, die bei mir war. Es war nicht schlimm gewesen, denn sie war mir nicht wichtig. Des Weiteren war ich der Meinung, dass sie sich sowieso nur für die Puppe interessierte, denn sie löcherte mich mit Fragen, was diese anging. Mit einem Lächeln im Gesicht setzte ich mich auf und rieb mir mit meinen Händen die Augen und fuhr mir durch die Haare. Ich stand auf und begann mich über den Flur auf ins Badezimmer zu bewegen, um ein erfrischendes Bad zu nehmen. Gerade am Flur vorbei erhaschte ich einen Blick auf die leere Kommode in meinem Flur. Ich bin stehen. Dieses Miststück, sagte ich verärgert zu mir selber. Meine Puppe, sie lag nicht mehr auf meiner Kommode, wo ich sie am Arm zuvor hingelegt hatte. Sie hatte sie wahrscheinlich gestohlen. Verärgert ging ich ins Bad und begann meine morgendliche Dusche zu nehmen, als ich ein Poltern hörte. Ich drehte das Wasser aus und lauschte dem Geräusch. Ich schnappte mir das Handtuch und trocknete mich ab, ehe ich aus dem Badezimmer ging, um dem Geräusch zu folgen. Ich blickte in die Küche und sah, wie meine Puppe auf dem Boden lag. Ein Auge war herausgefallen und beim Ausschlag auf den Bogen zertrümmert worden. Sie war noch da. Die Frau, mit welcher ich in der Nacht vorher geschlafen hatte. Sie versuchte mir zu erklären, dass es ein Versehen gewesen war und sie nur nach einem Glas gesucht hatte und dabei die Puppe heruntergefallen ist. Sie hatte sie mit in die Küche genommen, um sich bei einem Glas Wasser Puppe genauer anzuschauen. Doch ich glaubte ihr kein Wort. Ich schmiss sie sofort aus meinem Haus. Sie solle sich ja nicht wieder blicken lassen. Ich schlug die Tür hinter mich zu und begab mich in die Küche zurück, wo meine Puppe noch immer auf dem Boden lag. Sie war so gut wie zerstört. Das Gesicht Die linke Gesichtshälfte war zertrümmert und dessen Auge war, wie schon erwähnt, auf den Boden gefallen und hat es ihr gleich getan. Verärgert nahm ich die Puppe und den Rest ihrer Teile und begab mich Richtung Mülleimer. Ich warf sie hinein. Diese blöde Puppe hatte mich 150 Euro gekostet und nun war sie nach einem Tag zerstört worden. Doch der Ärger hielt nicht lange an, um ehrlich zu sein. Über den Tag hinweg hatte ich schon fast wieder vergessen, dass ich sie überhaupt besessen hatte. Am Abend nach einem harten Arbeitstag kam ich erschöpft zu Hause an und verschloss die Haustür. Ich aß zu Abend und sah mir eine langweilige Dokumentation an. Kurz bevor ich auf dem Sofa einschlafen sollte, schaffte ich es noch, meinen Körper ins Schlafzimmer zu bewegen und diesen ins Bett fallen zu lassen, kurz bevor ich wie ein Stein anfing einzuschlafen. Das Merkwürdige war, dass ich mich wirklich so fühlte. Mitten in der Nacht hörte ich ein Geräusch und ich spürte etwas auf meiner linken Wange. Es war kalt und rau, fast wie... Ich öffnete die Augen. Dank dem Schein des Mondes welcher durch meine Rollladen in mein Zimmer hinein leuchtete, nahm ich eine Gestalt, welche sich in meinem Zimmer aufhielt. Ich erschrak und schlug wild um mich, doch ich erwischte nichts. Ich rannte zum Lichtschalter, knipste das Licht an. Ich bemerkte meine Atmung, welche sich konstant in einer unnatürlichen Schnappatmung aufhielt. Mein Herz wagte es fast aus der Brust zu springen und der Schweiß lief mir über meinen Kinn. In dieser Nacht ließ sich das Licht weitestgehend an und machte auch nicht mehr die Augen zu. Ich musste permanent an die Gestalt denken, welche sich über mich im Schlaf herüberbeugte. Ich war mir sicher, dass es Thomas war. Am nächsten Tag wachte ich auf. Zu meinem Setzen bin ich also doch eingeschlafen. Ich fühlte mich wie geredert und spürte eine merkwürdige Schwere in meinem Körper. Ich ging mir durch das Gesicht, doch ich hielt inne, als ich meine linke Gesichtshälfte berührte. Ich fühlte sie nicht, weder mit der einen noch mit der anderen Hand. Sie war taub geworden. Hatte hatte ich einen Schlaganfall über Nacht? Ich ging am selben Tag zum Arzt, doch er konnte nichts Verdächtiges in meinem Körper finden. Alle Werte schienen komplett in Ordnung zu sein, außer dass er sehen konnte, dass ich wenig Schlaf in der Nacht bekommen hatte. Ich fiel ihm nichts auf, mit einem Muldigen-Gefühl und noch immer mit der Taubahn in der linken Gesichtshälfte ging ich nach Hause. War vielleicht doch alles nur Einbildung? Ich ließ mich krank schreiben und blieb an dem Tag zu Hause, um zu verhindern, dass ich mein Zustand auf der Arbeit nur unnötig verschlechtern würde. Ich begab mich an diesem Tag früher ins Bett und hoffte besser schlafen zu können. Doch auch in dieser Nacht blieb mir mein wohlverdienter Schlaf verwehrt, ich wachte wieder einmal in der Nacht auf, mein Kopf pocherte wie verrückt und ich zitterte am ganzen Körper. Und schon wieder war es da, dieses Gefühl. Warum fühle ich mich so schwer? Meine Haut, meine Arme, meine Beine, je mehr ich sie berührte, desto mehr spürte ich, dass ich nichts spürte. Was passiert hier nur? Wieso ist mein Kopf so schwer? Ich kann ihn nicht mehr halten! Lies mein Kopf an die Wand fallen, an welcher mein Bett stand. Was zum... Ein Geräusch. Wie, als würde jemand Porzellan zerschlagen. Ein Schmerz an meinem Hinterkopf machte sich bemerkbar. Ich begann mit meine Hands meinen Kopf zu fühlen, doch ich griff ins nichts. Dort, wo eigentlich Blut sein sollte und eine Beule oder ein blauer Fleck, war nichts als Leere. Blickte auf meine Schulter. Dort nahm meine Augen ein Stück Porzellan war. Nahm es und sah es ungläubig an. Was passiert hier? Du bist der Poppel? Mein Herz sah aus. Ich blickte durch den gesamten Raum und dort saß er. Thomas. Doch nicht so, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Nein. Er war größer und wirkte um einiges echter. Er grinste mich an. Ich versuchte aus dem Bett aufzustehen, doch meine Beine bewegten sich nicht. Ich sah sie an, diese Poppe. Und was dann geschah. Nach und nach fingen an sich Thomas' Arm und Beine zu bewegen. Wie eine mechanische Apparatur begangen sich Thomas immer mehr zu bewegen. Sein Gesicht es nahm markante Züge an. Selbst die zertrümmerte linke Hälfte war wie neu geworden. Seine Bewegungen fingen an, sich dem eines Menschen zu ähneln. Während ich nur noch zusehen konnte, war starrt und mein Körper bewegungsunfähig. Meine Arme, meine Beine, mein Kopf. Nichts von dem war noch zu gebrauchen. Auch schließlich mein Herz war noch am Bomben. Meine Augen und meine Ohren vernahmen, wie sich Thomas langsam auf mich zubewegte. Er grinste zufrieden, berührte meine kalte, erstarrte Haut. nur wenige Stunden später er trat ein Mann im Raum. Er trug einen kaminroten Anzug und eine Fliege. Ich fand mich in jener Ausstellung wieder, in welcher ich vor einigen Tagen Thomas gekauft hatte. Zig Menschen werfen mir drüber Blicke zu, bis auf einer hellbraunes Haar und zwei unterschiedliche Iris. Er näherte sich mir, ehe er sich mit einem dämonischen Lächeln von meinem alten, erstarrten Blick abfindete. Sei zu allem, was ihr besitzt, gut, oder glaubt mir, ihr müsst die Konsequenzen tragen. S dabei bis vorbei bis Untertitelung des ZDF, 2020